Ich finde es super, diese Saison als Rookie hier in der GTM mit Mercedes-Benz zu fahren. Ich hatte diese Chance, in der GTM zu fahren und ich habe es gemacht, weil ich denke, es ist eine gute Chance für mich, für meine Zukunft und vielleicht für einen Tag in Formel 1 zu fahren. Mein Lebensmotto ist immer hart arbeiten. Mein Name ist Daniel Junkadella, Fahrer für Mercedes-Benz.